ein herzliches hallo von mir an euch neue runde neues glück infasmophobia ich sag gar nicht viel hab spaß mit dieser folge ich wünsche euch dann im anschluss natürlich auch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal macht's gut ich habe eine reingemacht meine ganz langweiliger als salz kruzifix und temperatur gut los geht's der will der salzmann sein ich kann salz ein termometer von da ich gehe in den keller hier hinten ist der knochen vorm pc hier david david hat jemand fotoapparat mit da hinten bei der vor der garage ist doch so ein pc da liegt der knochen war es ein flurgeist bist du hier bist du hier gib uns ein zeichen bist du hier sprich mit mir durchs emf also emf war bis jetzt nichts schreib in das buch gefrier stimmt hat jemand ne box mit drin ich nehme jetzt box und bewegungssensor mit bist du hier auch mal oder Er hat bei mir Away geantwortet. Geisterbox. Wie alt bist du? Er ist Away und Adult. Ähm... Benz, Benz, mache Dämon. Geflüchtertemperation. EMF 5 fällt raus. Ja, EMF war auch einfach gar nichts. Wir haben noch Kruzifix und Salzaufgabe. Könnt ihr mal das Licht wieder ausmachen im Flur? Wenn du hochkommst... Nein, Spaß. Ich bin hier. Was tut ihr denn hier? EMF, ähm, ist an. Ich weiß aber nicht, auf wie viel. EMF 5 kann es eigentlich nicht mehr... Was wollen wir denn noch mal mit reinnehmen? Nehmen wir hier das Audio-Ding und das hier noch. Keine Ahnung. Einfach mal an die Wand. Damit... Oh mein Gott war das gerade echt weglich. Was denn? Äh, bei mir waren die Wände weg und alles war lila. Ja, das ist normal. Wo bist du? Kannst das Buch noch sein? Ja. Schreib in das Buch. Platzi mal die Kamera um. Oh, bei der Fingerabdrücke? Bei der Tür? Ja. Ja, Fingerabdrücke. Ja, Fingerabdrücke. Okay, ich habe keine Kamera. Hä, Gespenst? Achso, doch, der kann durchs Salz, aber hat dann keine Abdrücke, ne? Hallo. Nicht jetzt. Okay, Fingerabdrücke. Geht ihr gerade durch den Sensor oder ist das der Geist? Also, ich bin gerade raus. Keine Ahnung. Aber der Geist ist auch durchs Salz gelaufen, ist die Aufgabe. Der Geist kann das. Okay, dann haben wir nur die Kruzifix-Aufgabe. Ich habe dich jetzt mal dort verzieht, wo er das Licht angemacht hat. Ist hier schon wieder jemand einen Laptop geklaut? Das sind die Weihnachtsgeschenke für euch. Schön, dass du genauso bist wie ich. Das war Weihnachtsgeschenke bis morgen. Jetzt müssen wir eigentlich reingehen und abwarten, ne? Mit dem Kruzifix, ja. Ja, alle aber, ne? Ist doch lustig. Wir haben Gefriertemperaturen. Ja, wir haben alles. Wir haben Gefriertemperaturen. Der kann halt auch hier hinten im Flur sein, äh, hier hinten im Flur sein. Kann ich den Teddy mitnehmen? Kann man hier mitnehmen? Schwarz. Voll mit. Lass mich rein! Du bist so ein Vogel, ey! Mann, 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 ey! So viele Fauna! Susi mal wieder ganz entspannt draußen. Ja. So viele Fauna! So viele Fauna! So viele Fauna! Ja, toll! Die Jungs haben es verkackt! Ey, hier unten ist auch schon Gefriertemperatur an der Treppe! Aber hier drüben sind Gefriertemperaturen. Hier oben um die Ecke sind Gefriertemperaturen. Bis die Treppe runter. Scheiße, mach die Tür zu! Oder kommt noch wer? Ja, ich weiß nicht, die haben einen Megaspaß, haben die. Ich weiß nicht, warum die lachen. Die lachen uns aus. Ich glaube jetzt da, wo der EMF ausschlägt, habe ich jetzt auch kurz die Fix gemacht. Wir müssen eigentlich weiter hier drin bleiben. Ey, warum sind meine Räucherstinger jetzt angegangen? Ich habe da nicht gedrückt. Naja, wir haben ja noch ein paar. Ich nehme die ja nur zur Sicherheit mit. Wo sind eigentlich die Feuerzeuge? Eins habe ich einstecken. Ich habe euch Tablets mitgebracht. Ist ja nett. Dann war das wohl im Badezimmer. Bade? Bade mache ich keinen. Müsste es nicht reichen, das Kruzifix einfach oben an die Treppe zu legen, dass er nicht vorbeikommt? Nein. Das muss ja im Geisterraum. Das muss ja im Geisterraum. Ja. Das soll ja den Hunt preventen und nicht beenden. Dücken die sich nicht so vor mir. Oh, das ist ja einfach. Du musst einfach nur eine Taste drücken. Ja. Habt ihr denn jetzt dazu gelacht? Wir waren jetzt nicht auf. Wo sind die Kerzen drin? Wo sind die drei brennenden Kerzen drin? Ich will die platzieren. Man kann ja auch im Haus die Kerzen anzünden, die da rumstehen. Echt? Oh, ich nehme ein Feuerzeug mit. Ja. Du musst halt dann das Feuerzeug in die Hand nehmen und so eine Kerze aufheben, die da zum Beispiel im Wohnzimmer rumsteht und dann kannst du die anzünden und wieder hinstellen. Ich geh jetzt Kerzen anzünden. Das sieht sehr gefährlich aus wie ein Nahtes Feuerzeug an deinen Haaren. Da hinten sind die. Äh, nach welcher? Oh, war immer so wusch. Hier vorne direkt. Oh, das geht wirklich mit der Taste einfach. Das ist ja cool. Du kannst die auch umstellen. Oder so. In die Hand nehmen oder so. Also in die Hand nehmen oder so. Ich will das hinpacken. Ich glaube nicht, dass in der Garage Kerzen sind. Jetzt ist los der Brenn. Wie? Äh, links klicken. Angst, 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 Zeige nicht, komm hier unten. Es ist alles erledigt. Äh, Dystopia ist disconnected, glaube ich. Wir haben hier hinten das Ucha-Brett gefunden und befragt. Ja, ja, ja. Oh, ja, dann ist er weg gewesen. Und ich habe auch gesagt, nein. Ich habe gerade geschickt. Gut. Ja. Ja. Ja.